Viel Applaus in der vollbesetzten PS-Halle in Einbeck für Heidi Hetzer. Die Rallyefahrerin und ehemalige Autohausbesitzerin aus Berlin hatte ihren Hudo dabei. Einen Hudson Grade 8, Baujahr 1930. 960 Tage lang war das Berliner Original unterwegs, 85.000 Kilometer hat sie mit dem Oldtimer absolviert. Mit dem ist die 80-Jährige rund um die Welt gefahren. Heidi Hetzer hat das Reisefieber schon wieder gepackt. Ich könnte gleich wieder losfahren. Ich möchte mein Zelt. Ach, das waren die tollen Bäume in Namibia. Über die erlebten Abenteuer berichtete sie mit vielen Anekdoten. Geduldig hat die Oldtimer-Rallyefahrerin im PS-Speicher vor und nach der Veranstaltung Autogramme geschrieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017